Musik In Rottenmaun, in dieser ruhigen Warnsiedlung, befindet sich die ca. 74 Quadratmeter große Warnung mit einem tollen südseitigen Balkon. Kommt mit und soll gesenkbaren Rundgang. Wenn euch die Immobilie gefällt, so wie der wunderschöne Garten, dann möchtet ihr euch bei mir. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Sonja Draxler von Remax Nature in Lietzen. Fiat euch! Warnung